Alle darin, okay, alles. Ach ja, das war ja die Map mit der Schwerkraft, ne? Genau. Ja, da muss man an den Kanten aufpassen. Äh, was? Alex ist schon tot, schon vor dem Spiel. Ja, ich bin einfach runtergefallen, aber ich dürfte jetzt gleich respawnen. Ja, wahrscheinlich. Gehen wir wieder. Und, wow. Yay. Geil. Nice. Hast du gerade eine Granate auf mich geworfen? Nein, ich habe die... Hallo. Pat? Wow, das war ein bisschen random. Was war das denn? Er hat Nein gesagt. Alter. Er wirft die Granate. Ich sehe es sogar noch. Er sagt so Nein. Bam. Nein. Ich habe keine Granate geworfen. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Okay. Die schnellste Runde aller Zeiten. Geil. Ich habe schon beim Schießen... Oh, fuck. Das ist da echt random gemerkt. Wenn er so eiskalt Nein sagt. Feuer in den hole. Feuer in den hole. was ist das da ist wieder so ein beam gewesen ich hab's gehört wer hat den gefeuert du kannst es hören der freundschaft wenn du die leute an nah ran gehst komm mal her olex ich komme jetzt nicht näher dran ja du bist du bestimmt nämlich wie soll ich das ding hier unter mich gefeuert haben weiß ich nicht der strahl der nach unten geht alex schießt auf mich ja ich hab nichts geschossen er guckt auf mich meine ich okay wie liegt patrick ja dann oder ja mit er ja er wie reload macht sinn oder oder hat sein tod gefakt aber ich glaube er dass du es bist ja okay schaden ach so dass der feuergranate geworfen was ich sehe doch die flammen nicht oder vergiftet nah hast du nicht vergiftet das ist ja eine linke nummer gewesen das ist eine ganz linke nummer ich wollte gerade abdrücken war mir sowas von klar unglaublich ich habe gesagt du kommst rein und ich kann den schönen hätte verpassen dass du nicht siehst dass du vorgiftet bist das schon ja ja ich glaube ich glaube das wird für mich deaktiviert ich darf einfach nicht weiter sein du bist zu gut zum ja ich weiße wo bist du Patrick, Mann! Das gibt's nicht, Patrick. Yes, sir! Yes! Achso, ich dachte, da kommt der noch. Hast du das vom Weiten gesehen? Ja, der hat hinter dir gewesen. Ich dachte, warum schießt der denn nicht mit? Der ballert den Melaner auf dich. Der ballert die ganze Zeit auf dich. Du merkst es einfach nicht. Du gehst einfach weiter. Na gut, da war ich jetzt auch mal wieder Traitor. Und das war's dann wahrscheinlich. Reicht erst mal, ne? Gesundheit! Auffischen! Ach, deswegen ist der Bild schon mal so dreckig. Wenn du abends nach Hause gehst. Das ist voll geschmiert. Voll gerotzt. Ja, sagen wir, es kommt doch Senna aus. Okay. Sie geht weg. Gentleman. Wow, wow! Vanisher wieder. Der Beste. Da reiche ich auch. Also, irgendwer von euch ist Traitor. Müssen wir nur noch rausfinden, wer. Benni. Benni. Reißte Lüge. Es klang so, als wäre Benni Traitor. Ja, Benni ist es. Hm, hm. Aber die Frage ist, wo er ist. Ich mach's dir irgendwas falsch. Als Traitor. Du Traitor. Hm. Was warst du denn? Alle so leise hier. Sonst noch an dem, alle? Chris? Nein, ich lebe nicht mehr. Okay. Alex? Ja. Okay, Benni? Ja. Alex? Ja. Benni? 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 Also, ich leb noch, ja. Ja, Alex? Müsst du auch noch leben. Also, Benni hast du gerade für Alex geantwortet? Ja. Okay, Benni ist es. Benni ist es. Benni ist es. Blödsinn, danke. Blödsinn. Blödsinn. Es ist so cool. Hat er jetzt ins Bett gelaufen? Wo bin ich hingelaufen? Ins Bett. Ins Bett? Ja, es ist auch schon spät. Du bist noch echt jung der Bagel. Sag mal, Chris, wo kämpfst du denn schon wieder? Ich kämpfe überhaupt nicht. Ich bin nur vorsichtig in meiner Umgebung. Bitte? Sie, Sir. Könnte ich mal nachgucken, ob ich da bin. Sie sind ein Schwein. Ein bisschen. Ein großes, kleines. Also, Alex und Chris habe ich schon eh nicht mehr gesehen. Also, Alex scheint tot zu sein. wenn Alex tot ist, kann es nur Benni sein. Wieso bin ich es denn? Ja, weil du es immer bist, weil du frech bist. Ich bin frech. Vor allen Dingen deine Aktion vorhin, dass du einfach für Alex geantwortet hast. Ja, genau. Ist er auch falsch? Alex, ja. Alex ist noch da? Ja, ja, ja. Ist er da? Ja, Alex. Vor allen Dingen, wie doof, weißt du? Ich frage Alex, bist du noch ein Leben? Du sagst ja. Benni, bist du noch ein Leben? Du sagst ja. Klingt auch überhaupt nicht gleich, ne? Das hört sich komisch an, wenn du das so sagst. Ja, ja. Chris. Was? Ich dachte, du... Ich bin noch am Leben. Ich war nicht. Die Zeit tickt. Ich finde niemanden von euch. Kann das sein, dass wir die Runde ein bisschen zu lange eingestellt haben? Ich glaube, normalerweise sind das fünf Minuten. Ja, ja, ich habe auch irgendwas verstellt. Okay, Pat. Pat, Pat. Ja, was denn? Ja. Das ist eine sehr schöne Brille auf, Pat. Was? Das ist eine Brille auf. Ja, geil. Cool. Ja. Also, wie ihr euch zusammen tut. Ja, Freddy ist es. Ja, verrate ihnen nicht, dass wir im Lego-Haus sind. Okay. Nichts im Lego-Haus? Nein, wir sind nicht im Lego-Haus. Kommst du da rauf? Hm. Das ist Quatsch. Warum sollten wir ins Lego-Haus gehen? Denkst du, wir campen da oder was? Quatsch. Blödsinn. Hab ich noch nie gehört. Ich habe bei dir gesehen. Ich habe euch beide gesehen. Dann wird jetzt das Feuer eröffnet. Oh, snap. Irgendwer ist in dieser wilden Wildnis überleben. Warum wirfst du eine Granate? Willst du uns etwa töten? What the fuck, ey? Du Hure! Du Hure! Hast du mich übersehen? Was hattest du denn? Messer, noch ein Messer. Ich habe das falsche Messer gekauft. Baseballschläger. Baseballschläger. Alter. Deswegen konnte ich noch Benni rufen. Ich habe mich auch voll gewundert, dass keiner darauf reagiert. Hast du einen Benni gerufen? Ja, ich habe einen Benni und dann habe ich mich aufgefallen. Das hat keiner von uns gehört. Ich habe mich schon voll gewundert. Ich schieße über ein halbes Zimmer rüber und keiner reagiert. Okay. Wird jetzt einfach Benni. Ja, ohne den blöden Fehler hättest du echt gut gegangen, auf jeden Fall. Ach, ja. So ist das, ne? Patrick, weißt du überhaupt, wie man einen Trader Waffen kauft? Mit C. Achso, okay. Ja. Das war cool. Das war cool. Ich finde die Maschinengewehre hier irgendwie gerade nicht so besonders. Das hier. Okay. Hä? Oh, du wütterst ein Ding hier schon wieder. Was ist denn für ein Ding? Schlag ihn mit den Küsten. Schlag ihn mit den Küsten. Geht leider nicht. Warum ist Alex eigentlich so stehen? Ich lebe noch. Ich habe das Szenario beobachtet. Weg, 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 weg. Ich habe da eine Dinges drin geworfen. Ich dachte, wir werden auch Granate. Inzidienti. Ist du weg? Nein, nein, das ist diese Sprunggranate. Ja, ja, ja. Das ist ein Discomulator. Ich bin gerade schon. Komm. Disco, Disco. Disco, Disco, Party, Party. Seid ihr auch annehmen, alle? Rück dich doch, ja. Rück dich mal. Rück dich mal. Wieso, willst du das ändern? Also, na, ist immer gut. Rück dich doch mal. Lass doch mal die, warum denn? Ich will was testen. Lass mir die anderen suchen. Kann man nicht. Jetzt geh mal hoch. Stell mal auf. Ja. Bin ich. Das geht nicht. Ja, jetzt schwebe ich in der Luft oder was. Ja. Bist du fly. Jetzt sind wir unbesiegbar. Wir können voll den Arsch schießen. Kannst du dich überhaupt noch bewegen? Ja, ja. Das sieht aus, ey. Der Traitor sollte langsam mal agieren, oder? Na. Wer hat denn noch acht Minuten? Wer hat denn Granaten geworfen? Die Runden sind echt zu lang. Ja, ich mach gleich mal anders. Wieviele Minuten reichen eigentlich? Scheiße. Ich dachte, er ist weggegangen. So, viel dazu. Ja, ja, ja. Okay, versuchst du mit einer Schrotflit zu Snipern? Oh. Noll. Das sah fast so aus, als hätte ich das überlebt. Ich will keine M16 haben. Weißen. Ach, ja. Du siehst so rot im Gesicht aus. Bist du Indianer? Ja. Er hat seine Tage im Gesicht. Herr runter. Herr runter. Herr runter. No! Oh, Alex? Alex? Ja, ja. Hm? Möchten Sie einen Kopfschuss? Gratis? Ähm, nein. Grat nicht. Okay, schade. Ich dachte, ich... Ah, einer hat die Pizzuit-Waffe. Ja. Jep.